Musik Ihr möchtet wissen, was ein Hüpfball mit Übergängen zu tun hat? Ihr möchtet wissen, wie ihr mithilfe einer Uhr eine Schiefe in eurem Reitersitz beheben könnt? Ihr möchtet wissen, was eine Schwimmnudel mit Seitengängen zu tun hat? Musik Wissen, wie ihr mit einem Luftballon euren Reitersitz verbessern könnt? Dann ist unser Webinar Let's Talk About korrekt sitzen, besser reiten, genau das Richtige für euch. Meldet euch einfach an unter www.evipo-verlag.com Ihr habt eine Folge verpasst? Gar kein Problem. Wir können diese euch nachträglich zusenden. Wir freuen uns auf euch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020